Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest Teil 3 Redux. Ja, ich habe schon eine Folge aufgenommen gehabt, in der ich einiges versucht habe und nichts hat geklappt. Ich habe, glaube ich, 15 bis 20 Minuten alles Mögliche versucht und ja, war nichts. Deswegen habe ich gesagt, ich breche ab, schaue lieber mal nach, wie es geht und nehme eine neue Folge auf. Ich hatte schon recht, es geht tatsächlich mit diesem Schlafzeug. Allerdings müssen wir dieses Schlafding, dieses Schlafputter, mit den Masten benutzen. Ich schaue die mir mal an. Ja, und dieses Puder müssen wir mit diesen Dings hier benutzen. Ja, und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, das mit dem Masten hier zu benutzen. Das ist mir sowas von unerklärlich, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber es hat geklappt. Aber wie gesagt, wenn es jemand versteht, kann es mir ja mal schreiben, warum das so ist. Ich habe echt keine Ahnung. Da liegt der Nächste. Deswegen soll es da eigentlich auch die Schwerder wegnehmen. Naja, gut. Schauen wir mal auf den Ausgub, ob wir jetzt hinkommen. Naja, okay. So viel da dazu. Können wir jetzt einfach mit der Fliege, oder können wir jetzt einfach mit den Adler wegfliegen? Ja, das geht. Und wir kommen auf einer Insel. Das sind ein paar nette Haier. Können wir mal mit denen reden? Ja, okay. Also gut, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen in Devontree. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir müssen ja auch noch Devontree retten. Kann man da nach Norden gehen? Nee. So, jetzt müssen wir noch Rosella retten. Und den Drachen besiegen und so weiter. Aha. Okay, anscheinend müssen wir hier einfach nochmal weitergehen. Im Moment sehe ich nicht, dass wir irgendwas machen könnten hier. Hat es auch bei den anderen so gescrollt? Speichern wir mal. Mir gefällt es nicht. Das ist irgendwie so, wie wenn dann alles friedlich wäre. Aber eigentlich wissen wir ja, dass es nicht der Fall ist. Kommst du ja nicht vorbei? Ach, der Weg wird wahrscheinlich von diesen Steinblocken hier. Können wir da irgendwie drüber klettern? Ah ja, das geht. Okay. Wenn es weiter nichts ist, das ist einfach gewesen. Aha, eine Euler. Sagt die ihr uns irgendetwas? Die Euler? Hoppala, nein. Äh, okay. Finde ich auch irgendwie seltsam, dass, äh, ja. Dass die nicht spricht. The Mountain Goat is its own king. So, nochmal speichern. Einfach nur vorsichtshalber. Mir ist es ja fast schon zu wenig gefährlich. Äh, ja. Da geht es nicht weiter. Gut, dass ich gespeichert habe. Dann müssen wir über den Fluss gehen und hier rüber gehen. Oh, Moment mal. Ist da noch was? The snow-capped mountains advance forever upward. A narrow path skims along the top of a precipitous ridge. As you look down, you see the steep cliff below you. I see patches cover the ground. Okay. Oh, eine Höhle. Haben wir da was? A tree grapples with a rock as it attempts to thrive in this frigid environment. Have a little more risk. The snowy cave is large with thick icicles hanging from its entrance. It's dark inside. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich hab's Gefühl, dass gleich irgendetwas Schlimmes passieren wird. Können wir da heingehen oder können wir da weitergehen? As you make your way through the mountains, you suddenly notice something approaching you in the distance. Something that doesn't seem friendly. Ah, I love warm meat. You try to fake an impression of chilliness. Now, now. Don't show yourself short. Und wir können nichts machen. Können wir in die Höhle gehen? Ja, aber... Ja, okay. Das war's wohl. Vielleicht hätten wir den Unsichtbarkeits-Ring hier... den Unsichtbarkeits-Zauber nehmen können, jetzt. Lass uns erst mal die Höhle anschauen. Half-chewed Bones are scattered everywhere. Your skin crawls, as you imagine yours among them. Wo geht's denn hier hin? Da geht's gar nicht weiter. Und ich schätze mal, wir müssen in die Höhle reingehen. Wir können's aber auch mal probieren, ob wir... As you make your... Ah, I'll YouTube now. Kennen wir. Kurz speichern. Wenn wir jetzt hier weggehen, dann kommen wir wahrscheinlich... Der Hund hat uns wahrscheinlich ein, oder? Wir müssen wahrscheinlich in die Höhle. Das sah jedenfalls danach aus. Die Musik ist aus. Okay. Ja, wir müssen in die Höhle gehen. Wie's aussieht. Ich tippe hier auf das Unsichtbarkeits-Pulver, das wir verwenden müssten. Oder tragen. As you make your... Kurz speichern. Und dann schauen wir mal... Können wir mit dem reden? It's time. Okay. Sturm? Nee, Unsichtbarkeit schätze ich mal. You sense that this is not the... Schlafbutter? You quickly pour the remaining sleeping powder on the floor. You hope there's enough left to affect the Yeti. The Yeti slumbers peacefully, dreaming of his next feed. Even if you could lift him, you'd get... Ja, klar. Also hier in der Höhle war nichts mehr. Dann lasst uns einfach mal weitergehen. Huf. Uns hat auch nicht mal Punkte gegeben, wie's aussieht. Hm. Sel, sehr, sehr, sehr seltsam. Jetzt ist die Frage, nach Norden oder nach Süden? Es sieht eher aus, wenn's nach Süden geht. Geht's hier nach Norden? Nee, wir müssen nach Süden. Ha, das hat Punkte gegeben. Okay. These caves are really dark, but you feel a draft coming from two separate ways ahead of you. Ja, toll. Ein Erdgarten. Klassisch. Libia sowas. Hm. Wo geht's hier überhaupt weiter? Wo müssen wir hier überhaupt weitergehen? Ich glaub, das muss ich mir mal kurz aufschreiben. Also wir haben hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Das ist dann eins. Das ist zwei, drei, vier. Loch fünf. Wenn wir hier ersten Gang gehen, kommen wir hier raus. Zu zwei. Moment, das schreib ich mir ein bisschen anders auf. Eins, zwei. Wenn wir hier wieder den ersten Gang gehen, von hier, kommen wir zu fünf raus. Lost artery. Na toll. Let me show you around a little bit. Wenn wir hier den ersten gehen... Okay, wenn wir hier den ersten gehen, kommen wir mal bei drei raus. Okay. Yay. Und hier den ersten, kommen wir bei eins raus. Wenn wir hier den zweiten gehen, wie sind wir da hingekommen? Ah. Okay. Sehr gut. Äh, den zweiten Gang kommen wir zu bei vier raus. Okay. Und der Weg ist frei. Jetzt müssen wir noch da hinkommen, ohne dass der uns, äh, naja, tötet. Erster Gang kommen wir. Äh, keine gute Idee. Dann schauen wir mal, dass wir den zweiten Gang nehmen. Okay. Okay. So. Hier nehmen wir wieder den ersten. Und dann kommen wir hier raus. Haha. Und dann müssen wir doch hier weg. Genau. Yay. Tut mir leid, kleiner Yeti. Tut mir leid. Oh, ich höre schon das Feuer vom Drachen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. The rock sits among a crunchy carpet of pine needles. Und noch ein Speicherstand. Ja, ich speicher ja ziemlich viel. Müssen wir in die Höhle rein. Oder müssen wir draußen noch was machen. Geht's dann auch hier weiter? Ja, auch da geht's weiter. Oh, diesen Weg kennen wir doch. Aber der ist zerstört, wie's aussieht. Da können wir nichts machen. Ah, das falle ich auch noch runter. Ja, klasse. Bleiben wir mal hier draußen. Cracked, burnt and lifeless. This is all that remains of the great realm of Davintree. A tree has fallen before the onslaught of the unrelenting fire. Ach, ich erinnere mich. Ja, die Höhle, klar. Können wir hier irgendwas machen? Nee, wir müssen durch die Höhle gehen, wie's aussieht. Oder geht's hier noch weiter? Ach, da ist ein Abgrund. Den hab ich nicht gesehen. So, da geht's nicht lang. Dann müssen wir wohl hier lang gehen. Und lieber mal, nochmal einen Speicherstand machen. Und wir haben fast alles geschafft, was man es zu schaffen gibt. 19 Punkte noch. Und wahrscheinlich haben wir eh ein paar Punkte übersehen, weil wir was vergessen haben oder falsch gemacht haben. Und ein paar werden jetzt noch kommen, denke ich. Das heißt, wir sind relativ am Ende. Ah, ja. Speichern. Okay, die müssen wir retten. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit für den Unsichtbarkeitsdrang. Und haben wir nicht noch ein Messer, um sie zu befreien? Aber bringt das was? Müssen wir nicht vielleicht den Drachen noch irgendwie ablenken? Genau, das dachte ich. Wir müssen den noch irgendwie ablenken, wahrscheinlich. Wie wär's mit einem Sturm? Können wir hier einen Sturm aufziehen? Das ist eine gute Idee. Obwohl, den Sturm aufziehen würde zu gefährlich sein, während du so nahe zu den Drachen selbst bist. Alles klar, dann brauchen wir wieder den Unsichtbarkeitszauber, gehen ein bisschen weg und zaubern diesen Sturm herbei. So. Stormy brew! Churn anew! 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 Ich glaube, der letzte war ein guter Treffer. Ha ha! So. Jetzt können wir wahrscheinlich noch Rossella... Ja, Replace, irgendeinmal. Ja, das wäre vielleicht das Vernünftigere. Du entierst deine Frau.